Hallo, mein Name ist Lukas Nellemann, ich bin von Beruf Architekt und Geschäftsführer der Wohnwerke GmbH und wir haben ja schon ein paar Videos gedreht und heute geht es ausschließlich um das Thema Elektroauto, Ballbox und Photovoltaikanlage. Wir haben die Möglichkeit heute hier in unserem Musterhaus zu stehen, das aber bewohnt ist. Wir haben jetzt seit mittlerweile knapp fünf Jahren, das Haus ist auch euch bekannt, da gibt es schon einige Videos drüber, ein Imagevideo, wo es nur um das Haus und die Architektur geht und Innenraumaufnahmen ganz schöne gibt, dann gibt es etliche Videos von mir, wo ich über die Technik mit Wärmepumpe und Strom und Batterie und so weiter berichte. Also wenn euch das interessiert, wir machen die Links zu den Videos unten in die Kommentarzeile rein, dann könnt ihr euch das gerne angucken. Heute will ich euch zeigen, wie viel Strom wird denn an einem guten Tag erzeugt, welche Funktion hat die Wallbox, welche Möglichkeiten gibt es und wie weit kann ich denn damit am Ende vom Tag fahren. Wir haben hier unseren Renault Megane mitgebracht, das ist also einer unserer Büroautos. Ich habe vorhin schon mal reingeguckt, der wird ganz normal gefahren, der eine achtet mehr darauf, der andere weniger. Wir haben bei dem Auto aktuellen Verbrauch von 17 Kilowattstunden pro 100 Quadratmeter. Ohne jetzt ins Detail einzugehen, ich werde das nachher ein bisschen erklären, was das bedeutet und wie lange dafür die Sonne scheinen muss. Rahmendaten zu dem Haus nenne ich dann doch noch, auch wenn es eigentlich bekannt ist. Das Haus hat ungefähr 160 Quadratmeter, ist massiv gebaut, ist voll unterkellert, hat eine Photovoltaikanlage mit 9 Kilowatt Peak Größe, wir haben eine Wärmepumpe drin, wir haben eine Geo-Collect, also eine Lasser-Sohle-Wärmepumpe und wir haben in dem Haus eine Batterie mit einer Speicherkapazität von 10 Kilowattstunden. Auch was wir hier haben, Sie sehen es hier, ist eine Wallbox und das ist keine grundsätzlich ganz normale Wallbox, aber die hat eine besondere Funktion und zwar kann diese Wallbox, die hat Sensoren im Zellerschrank unten und die kann erkennen oder erkennt, wann Überschussstrom vorhanden ist. Warum macht sie das? Weil wir immer versuchen, nicht den Strom hier in die Straße und ins Netz einzuspeisen, sondern den Strom bestmöglich im Haus bzw. mit den Autos zu nutzen. Diese Wallbox erkennt dann, wenn Überschuss da ist, startet dann, wenn man das so eingestellt hat, in dem Moment den Ladevorgang und nimmt dann ausschließlich diesen Überschussanteil und stellt ihn dem Auto zur Verfügung. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mir zum einen die Werte vom Haus und von der Wallbox anzugucken. Also, aktuell live. Wir haben Ende Mai das Video ein paar Mal verschieben müssen, weil es geregnet hat, Sonne nicht gescheitend kalt war. Wir haben heute eigentlich PV-mäßig oder eigentlich auch so einen perfekten Tag. Wir haben ungefähr 20, 25 Grad. Sonne scheint, es ist bewölkt. Das werden wir hier auch an den Werten sehen. Wenn mal eine Wolke durchgeht, dann wird es hier relativ schnell wieder runtergehen, der obere Bereich. Und wir haben aktuell eine Erzeugung von, jetzt ist es ein bisschen runtergegangen, 6,1 kW. Jetzt sind wir über 6,4 kW. Die Anlage kann an perfekten Tagen bis ungefähr 8,2 kW hochgehen. Aktuell, wie gesagt, 6,4. Wir haben 11 Uhr, wenn die Sonne noch ein bisschen um 12 oder 13 Uhr noch horizontaler oder vertikaler, besser gesagt, auf die Pufferanlage scheint, dann wird hier der Verbrauch auch nochmal höher gehen, die Erzeugung. Wir haben aktuell einen Verbrauch von 6,3 kW, das heißt, der ganze Überschuss wird aktuell verbraucht. Wohin das geht, kein Geheimnis in das Auto, werde ich euch aber gleich noch zeigen. Und wir haben eine minimalen Einspeisung in das Netz von 0,1 kW. Also das ist ganz normal, ein bisschen geht immer ins Netz. Die Batterie hat, wie gesagt, diese 10 kWh Kapazität und heißt jetzt hier bei aktuell 56% Ladezustand. Wenn wir uns das anschauen in der Auswertung über den Tag aktuell, diese grüne Linie hier, das ist der Batteriezustand in Prozent auf der rechten Seite abgebildet. Und wir sind ungefähr mit 75% in den Tag gestartet. Und dann wurde hier morgens Strom verbraucht, dann natürlich Licht, Föhn etc. Ist die Batterie ungefähr auf, weiß ich nicht, 50, 60% runtergegangen und hält sich da auch aktuell. Das gelbe, der gelbe Bereich, dieser Berg hier, das ist die Erzeugung der Photovoltaikanlage. Und dieser türkis-grüne Bereich, das ist der Verbrauch. Hier in diesem Portal können wir jetzt nicht differenzieren zwischen, wie viel, wir sehen nur einen Gesamtverbrauch, wir sehen aber nicht, ist es jetzt der Herd, ist es das Auto oder wo geht der Strom hin oder fühlen sich jemand die Haare. Wir sehen nur, dass ein Gesamtverbrauch da ist. Wir haben aber noch eine andere Möglichkeit, entweder hier drauf zu gucken oder in die App. Und das Einfache ist, wenn wir das gleich in der App machen, wir sehen hier, wir gehen nochmal zurück, Verbrauch vom Haus in der App 6,4 und aktuell haben wir 6,1 Kilowatt, die in das Auto reingehen. Also der ganze gesamte Verbrauch, die Daten werden unterschiedlich schnell übermittelt, plus minus ist das das Gleiche, das gesamte Verbrauch, die Erzeugung wird aber gerade in das Auto eingespeist. Das Auto, ehrlicherweise weiß ich es nicht ausländisch, hat glaube ich 60, 50, 60 Kilowattstunden Speicherkapazität und kann damit so um die 300, 400 Kilometer ungefähr fahren, je nach Verbrauch und Gasfuß. Wenn wir uns jetzt die App von der Wallbox anschauen, dann sehen wir, dass wir jetzt hier aktuell, das ist genau die gleiche Zahl wie hier, 6,2 und hier haben wir auch 6,2, dass aktuell 6,2 kW in das Auto geladen werden. Und diese 6,2 kW sind ausschließlich Überschussstrom, der über die PV-Anlage produziert wird. Hier wird es noch ein bisschen differenziert, hier sieht man noch den Grundverbrauch im Haus mit 0,6 kW, da ist wahrscheinlich gerade irgendwie ein Licht an, ich weiß es nicht. Man hat aber auch für die ganzen Pumpen, Heizungen, Umweltspumpen und so weiter, immer einen gewissen Grundverbrauch. Hier bei dem Haus ist es ungefähr bei 0,1, 0,2 kW, also sehr, sehr niedrig, fällt fast übers Jahr hinweg fast nicht ins Gewicht. Und hier, das ist fast die bessere Auswertung, weil hier sieht man auch die Erzeugung, aktuell 7 kW, 100% regenerativ, 6,4 gehen dafür ins Auto. Wie gesagt, man darf das jetzt nicht ganz, da sind immer leichte Differenzen drin. Zwischen den verschiedenen Apps, weil die verschiedene Messstellen haben und auch in verschiedenen Abständen die Messungen vornehmen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in die andere App und uns das hier nochmal über den Tag hinweg anschauen, dann sehen wir hier zu diesem Zeitpunkt, wo jetzt diese Linie ist, da sind wir gekommen, das war ungefähr um 11 Uhr. Jetzt haben wir, ja, halb 12, wahrscheinlich war es eher 10.30 Uhr, wo wir gekommen sind, da habe ich das Auto direkt angesteckt. Ich war immer so frei und da hat das Auto angefangen zu laden, das ist der ganze türkisgrüne Bereich. Davor hatten wir Überschussstrom, das war der gelbe hier, der gelbe Bereich und das wurde in dem Moment sogar ins Netz eingespeist, weil die Batterie das nicht aufgenommen hat. Jetzt ist natürlich die Frage berechtigt, warum lädt denn die Batterie nicht, wir schauen uns mal einen richtig schönen Tag an, das habe ich vorhin schon recherchiert, und warum lädt die Batterie vormittags nicht? Es gibt eine Kappungsgrenze bei jeder Photovoltaikanlage, ich kann nicht, oder ich kann nur 70 Prozent der Kapazität, der Maximalleistung, das ist der beste Begriff, der Photovoltaikanlage ins Netz einspeisen. Die restlichen 30 Prozent, die werden gekappt, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Die Batterie weiß das und die Batterie weiß auch, dass der größte Ertrag meistens nachmittags ist. Und deswegen fängt die Batterie schon aus eigenem, also diese, nicht KI, aber diese intelligente Batterie, die lernt auch dazu, die ist die Batterie dann so programmiert, dass sie immer versucht nachmittags zu laden, um diese, alles über dieser Kappungsgrenze in den Speicher zu nehmen, um so auch den Anteil, der ans Netz eingespeist wird, möglichst gering zu halten. Hier hatten wir einen perfekten Tag, das war der 14.05. Wir sehen hier dann den ganzen Tag die Sonne gescheint, wir haben hier einen richtig schönen Berg, das hat hier morgens um 8 Uhr angefangen und hat abends um knapp 20 Uhr aufgehört. Die Tage sind ja gerade sehr lang und wir sehen hier, wir sind ungefähr mit 75 Prozent Batterie in den Tag gestartet. Die lief dann relativ konstant, beziehungsweise hat sich noch ein bisschen entleert und nachmittags ist dann die Batterie wieder auf 100 Prozent hochgegangen und abends kamen dann die Bewohner nach Hause, das war dann wahrscheinlich der Teil hier, da ist dann die Batterie wieder ein bisschen entladen worden. Was sehen wir auch? Diese großen Verbräuche, das kann nur das Auto oder eins der Autos gewesen sein, die Familie hat zwei Elektroautos, das kann nur diese Autos gewesen sein, die werden beide mit dieser Wallbox hier geladen und das hat hier in dem Moment um halb zehn angefangen. Da hat einem entweder die Wallbox, hat wahrscheinlich das Signal gegeben und hat angefangen, das Auto zu laden und dann war das Auto wahrscheinlich irgendwann mal aus der Garage draußen oder wurde gefahren, das weiß ich nicht und in dem Moment hier um 13.30 Uhr kam das Auto wieder zurück, wurde wieder eingesteckt und wurde wieder geladen. Was sehen wir sonst viel interessanter ist, wir haben hier an dem Tag einen Verbrauch von 23 Kilowattstunden gehabt und wir haben eine Erzeugung von 53 Kilowattstunden gehabt. Und jetzt komme ich auf das zurück, wo ich auch ursprünglich hin wollte. Was bedeutet das denn? Jetzt kann man, das ist immer so wie CO2 und Tonnen und so weiter, das ist so ein bisschen schwer greifbar. Wenn wir jetzt sagen, das Haus hat in dem Tag 53 Kilowattstunden erzeugt, dann stellt sich ja für viele die Frage, ja das ist ja schön und gut, aber wie weit kann ich denn damit fahren? Wir machen eine einfache Modellrechnung, die wie lautet, an einem perfekten Tag kann dieses Haus, weil wie gesagt, dieser war jetzt 14.05. Ungefähr einen Monat später ist der Verbrauch an einem perfekten Tag ungefähr bei 60 Kilowattstunden pro Tag. Entschuldigung, nicht der Verbrauch, danke, sondern die Erzeugung der Photovoltaikanlage, 60 Kilowattstunden. Jetzt haben wir ja einen Grundverbrauch im Haus, auch hier wird gelebt, die Wärmepumpe geht ein bisschen an, um das Warmwasser zum Duschen zu machen und abends wird vielleicht noch irgendwas gekocht, das ist im Sommer tatsächlich relativ wenig. Wir nehmen jetzt mal an, dass das 5 Kilowattstunden sind. Das heißt, wir hätten an einem perfekten Tag noch einen Überschuss von 55 Kilowattstunden. Wäre das Auto leer, das entspricht einer kompletten 100% Ladung von diesem Auto ungefähr, wäre das Auto komplett leer, beziehungsweise stehen zwei Autos drin, die die Energie aufnehmen können, dann hätte die Wallbox, die komplett den Autos dann zur Verfügung gestellt und wenn ich jetzt dem Auto, so habe ich angefangen, das Video unterstelle, dass es ungefähr 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer braucht, dann dividiere ich das durch 17 und multipliziere das mit 100 und komme dann auf einen Wert von ungefähr 320 Kilometer. Das heißt, dieses Haus kann an einem perfekten Tag im Sommer natürlich sich selber versorgen und ein Auto dieser Klasse so viel Energie zur Verfügung stellen, einen komplett regenerativen Sonnenstrom, damit dieses Auto ungefähr 320 Kilometer fahren kann. Da muss man schon viel unterwegs sein. Ich schaffe das nicht. So viel fahre ich nur an ganz seltenen Tagen. Meistens fahre ich nur, wenn ich in den Urlaub fahre. Ich glaube, hier in der Familie ist es auch so. Das heißt, die haben im Sommer riesen Überschüsse. Diese Überschüsse werden ja weiterhin ins Netz eingespeist und dafür kriege ich Geld. Selbst mit dieser intelligenten Steuerung ist es so, dass ich trotzdem noch Überschüsse habe, weil einfach mehr, viel mehr Energie erzeugt wird, als im Haus inklusive Autos verbraucht wird. Das war auch die gute Überleitung und wir haben das hier ein bisschen vorbereitet. Andere Seite. Wir haben hier in dem Haus, da kann ich auch nochmal in meine App zurückgehen, nicht in das Jahr. Wir haben es von 23 noch nicht ausgewertet. Müssen wir noch machen. Wir nehmen jetzt das von 22 und sehen hier, dass wir hier in dem Haus einen Verbrauch von ungefähr 8000 Kilowattstunden hatten und eine Erzeugung von 10.300 Kilowattstunden. Die gelben Balken, das ist die Erzeugung und diese türkis-grünen Balken, das ist der Verbrauch und das ist ja auch das Problem, was wir hier haben in unseren Breitengraden, dass wir in dem Moment, wo wir wenig verbrauchen, viel Energie erzeugen. Das können wir nicht lösen. Das ist, wie es ist, beziehungsweise wir können es schon lösen. Wir haben ja auch so eine Power-to-Gast- und Wasserstofftechnik entwickelt, da haben wir auch schon Videos drüber gemacht. Da würde dann genau dieser Überschussteil würde dann in Wasserstoff umgewandelt werden, würde gespeichert werden und man könnte es dann in diesen Defizitmonaten, Anfang und Ende des Jahres wieder Strom rückverstromen und dann wieder dem Haus oder den Bewohnern zur Verfügung stellen. Das haben wir hier aber nicht. Das heißt, wir haben Überschüsse, Verbrauch 8000 und Erzeugung 10.300 Kilowattstunden. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist es so, dass der Allgemeinstromverbrauch in dem Haus lag ungefähr 2022 bei 2450 Kilowattstunden. Die Wärmepumpe hat ungefähr 3.250 Kilowattstunden, also Heizung und Warmwasser, Energie verbraucht. Und die Autos wurden geladen mit 2300 Kilowattstunden. In Summe sind es dann ungefähr ziemlich genau diese 8000 Kilowattstunden, die wir hier unten auch sehen. 2300 Kilowattstunden bedeutet, gleiche Rechnung wie vorhin, ich habe es aber schon gemacht, das machen wir jetzt nicht nochmal, bedeutet, dass die Familie mit dem Überschuss, oder mit dem, nee, nicht dem Überschuss, dass diese Familie übers Jahr hinweg hier geladen hat im Haus 2300 Kilowattstunden und konnte damit 13.500 Kilometer fahren. Das ist schon eine veritable Fahrleistung, wenn man jetzt gerade nicht im Vertrieb tätig ist oder viel im Urlaub geht, dann entspricht das also auch plus minus ungefähr meiner privaten Fahrleistung. Das wurde alles übers Haus geladen beziehungsweise zur Verfügung gestellt, beziehungsweise nicht ganz. Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, natürlich fahrt die Familie hier auch im Winter mit ihrem Auto. Und im Winter ist es so, dass wir, wir haben es hier in der Auswertung gesehen, dass wir viel Energie verbrauchen, aber relativ wenig erzeugen, weil die Sonne wenig scheint. Und in dem Moment muss natürlich dann auch, wenn ich morgens nach München muss, dann kann ich nicht warten, bis mit Überschuss das Auto geladen wird, sondern muss ich es halt abends laden oder über die Nacht laden. und dann ist es ungefähr ein Anteil war, dass hier bei dem Haus von ungefähr 20 Prozent und direkt vom Netz genommen wurde oder nicht eingespeist vom Netz gekauft wurde. Aber 80 Prozent ist es so, dass die Autos hier rein mit 100-prozentigem regenerativen Sonnenstrom von der eigenen Photovoltaikanlage geladen werden. So, das war das Thema, was wir euch heute in einem kürzeren Video, ich hoffe, es ist auch kurz geworden, in einem kurzen Video zeigen wollten, wie das Zusammenspiel Haus, PV und E-Auto ist und wie weit man tatsächlich fahren kann, wenn ein Tag die Sonne scheint. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, dann dürft ihr uns das gerne schreiben, am besten unten in die Kommentarfunktion. Die Michaela und ich beantworten das gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über ein Like und ich hoffe, ich konnte euch das Thema ein bisschen näher bringen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.